Herzlich willkommen zurück liebe Freunde zu einer neuen Folge. Wir spielen Resident Evil 4. Ja, schön dass ihr eingeschaltet habt. Letzte Folge haben wir jede Menge Schätze geholt. Jetzt wollten wir mal kurz zum Sockel hier fahren und das letzte Puzzlestück da einsetzen. Wow, 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 wir haben mein Boot getunt. Das letzte Puzzlestück da einfügen. Mal sehen was es dann dort gibt. Ähm, anschließend wollten wir zum Händler. Wir müssen ein paar Sachen verkaufen, damit wir dann anschließend die Forelle noch holen können. Ein Ei will er auch noch haben. Da müssen wir auf jeden Fall noch ein paar Sachen besorgen. So, oh, ich wollte rennen, nicht schlitzen. So, ein Stück hat uns hier noch gefehlt. Bob. Und jetzt können wir puzzeln. Drehen. Nee. Nee. Achso. Warte. Ist das so? So. 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 Okay, keine Ahnung, ob das richtig ist. Nein, das ist nicht. Okay. Warte, wir müssen nochmal. Das wird ja ein Außenteil sein. Das auch. Aber warum nimmt er denn jetzt die drei? So. Hier stimmt irgendwas ganz gewaltig, nicht? Oh, das sieht nicht schlecht aus. Ich glaube, wir haben's. Yes, Baby. Götze. Der Mario. Gut, der ist wahrscheinlich wertvoll. Würde ich jetzt einfach mal behaupten. 15.000. Eine unheimliche Statue aus reinem Gold lässt sich sicher verkaufen. 15.000. Hier kann man nichts mehr kombinieren. Prima. Gut, das bringt wieder ordentlich Asche und wir können unsere Waffe tunen. Tunen. Gehen wir jetzt hier hin zu dem Typ, oder? Nee, ne? Aber dann können wir eigentlich gleich die Forelle holen, wenn wir hier hingehen. Der ist da oben. Nein, egal. Wir fahren da hinten hin. Speichern würde ich eigentlich auch schon wieder ganz gerne. Da ist der. Da müssen wir rein, ne? Und dann da rüber. Hier gibt's ja keinen Schatz mehr. Ich will jetzt eigentlich gar nichts von unseren Schätzen verkaufen. Ich möchte jetzt eigentlich mehr oder weniger äh, das Ei verkaufen. Hier, das 9000. Den würde ich gern verkaufen. Äh. Ja, Eier bringen nicht so viel. Den Forellenbarsch können wir mal verkaufen. Oh, guck mal, die können wir auch verkaufen, ne? Okay. Äh. Hab ich jetzt nicht verkauft, ne? So, ich weiß nicht, ob der Platz jetzt reicht für diese Forelle. Das, das weiß ich nicht. Ich hoffe es natürlich. So, speichern will ich noch. So. Dann fahren wir kurz da hin zu diesem Haus. Gucken wir mal, gucken wir einfach mal, ob wir die Forelle da finden. Oder den Barsch. Das muss die Hütte sein. Nehmen wir hier so einen Bogen. Da schwimmt was. Ist er das schon? Riesenarsch. Äh, Barsch. Yes, und passt sogar. Traumhaft schön. Das war nicht schwer, ne? Nice. Fast an der falschen Stelle angelegt. Ich dachte, ich hab nicht auf Aufnahme gedrückt. Dann hätte ich mir jetzt aber einen Arsch gebissen. So, gehen wir hoch. Geben ihm seinen Fisch. Willkommen. Ich hab was Neues für dich, Partner. Ich auch für dich, Partner. Hier, ein Riesenbarsch. Ein Riesenbarsch für den Dealerarsch. Kaufen, was hat er denn? Haha, gute Arbeit. Kaufen, was hat er denn? Oh, 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 ein Raketenmesser. Oh, ne Kofferweiterung. Die wollen wir. Ein Minenaufsatz, Sonderangebot. Kaufen wir auch. Gut, ich weiß noch nicht, wie wichtig Blendgranaten hier sind. Aber, wir lassen das erstmal. Natürlich. So. Wir sortieren das Ganze immer wieder ein bisschen. Das muss ja alles seine Ordnung haben hier. Packen wir mal kurz da hin. So. So. So, so sieht das doch schon gut aus. Schön sortiert hier das Ding. Unser Messer ist bald kaputt. Wollen wir das mal kurz reparieren? Ich mein ja nur, warte. Wir rüsten aber mal das andere aus. Ausrüsten. Damit er nicht das wieder kaputt macht, sondern erst das andere nimmt. Äh, reparieren. Gute Arbeit, wenn ich das mal so sagen darf. Angenehme Reise. Noch einmal kurz in die Tasten hauen. Und weiter. Bopp. Äh, wir fahren da rüber. Ach, deshalb mach ich das immer. Ich will, hier fährst du mit R1, äh, mit R2 und laufen tust du aber mit, äh, R1. Und immer wenn ich jetzt nicht im Boot sitze, will ich mit, mit R2 laufen. Okay, ich höre hier auf jeden Fall schon welche. Die geht nicht auf. Keine Chance. Da ist auch schon irgendwo ein Schatz. Oh ne, der ist auch da hinten. Da steht einer von den Lümmeln. Oh, Gott sei Dank. Ist nicht mutiert und auch der Kopf ist nicht geplatzt. Oh, zweimal Flinten-Munition. Traumhaft. Aber das heißt auch gleich wieder, dass hier irgendwie was Großes kommt. Oh, einmal stechen und die ist sofort kaputt. Da schmeißt auf jeden Fall schon wieder jemand mit Dynamit. Das gefällt mir nicht. Aber er killt die alle. Oh, prima. Hey. Hey, Maestro. Hey, Maestro. Hey, Maestro. Der kann nicht weiterwerfen als hier vorne? Stimmt mit ihm nicht. Ich will mich ja nicht beschweren, aber ich meine, ne, ein bisschen. Oh, er hängt ja ab wie in der Basel. Wir können noch ein Bier und zwei Uhr so. Und dann erzähle ich wieder ein paar Geschichten von damals aus dem Dorf. Oh, schön. Okay, scheinbar war es das. Alles ruhig. Oh, wie schön das hier ist. Das, das hier, diese Spiegelung da, oh. Was auch immer das spiegelt, das spiegelt schön. So, okay, wir können rechts und links. Ich gehe erstmal hier die Treppe hoch. Oh, ich höre schon wieder welche. Ich höre eine Laterne. Aber ich sehe sie nicht. So, sie kommt erst noch. Da. Hauptsache hinter mir kommt jetzt nicht einer. Okay, der Plan ging auf. Da ist wieder was so an der Wand. Zwei Teile stehen sich gegenüber. Ich muss da auf jeden Fall noch mal runter. Hier ist wieder sowas da. So wie zwei Eierstücke, die sich gegenüberstehen. Da ist auch was. Aber wie gehört das zusammen? Ist auch wieder so, wie dieses Radioaktive da mit drei Dinger war. So ist es da nun mit ein. Okay. Und da ist was Gelbes. Oh, das kann ich von hier nicht erkennen. Dann gehen wir erstmal runter. Er sieht uns nicht. Wir machen jetzt eine richtige Rattenaktion. Er denkt, er kann uns überraschen. Überraschung. Tja, das hat er nicht kommen sehen. So, hier ist der Schatz. Ein grünes Kräutchen. Rohstoffe S. Da können wir Schrotflintenmunition machen. Weil unser Herstellungsprozess ist da sehr eigen. Der möchte nur Rohstoffe S. L kommt nicht in Frage. So, und da haben wir zwei C's. Die mit dem Rücken aneinander stehen. Okay, dann haben wir so zwei Eierschalen. Zwei Eierschalen. Die hier. Zwei C's, die mit dem Rücken aneinander stehen. Die habe ich hier nicht. Das hier habe ich gesehen. Was könnten denn zwei C's sein, die mit dem Rücken aneinander stehen? Nö. Oder das. Ah. Dann habe ich den anderen Teil davon wohl verpasst. Kopf der Abtrünnigen. Ob jetzt neue Sporen, oder? Ja. Ja. Komm. 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 Sind nur die beiden gespawnt, oder? Oh ne. Mami! Au! Oh fuck. Den würde ich ja auch gerne messern, aber das geht nicht. Weil sein Ding so lang ist, klatscht er mir mal ein. So. Und jetzt kippt endlich Ruhe, Alter. Warum geben die denn keine, keine, ähm, keine Munition? So, da haben wir auch leer geräumt. Dann müssen wir jetzt wieder zurück zu diesem, ähm, Dingster. So. Okay. Wir dackeln hier durch, in der Hoffnung, dass uns nichts mehr erwischt. So. Zack. Aha. Und zack. Nice. Kirchen, Kirchen in Siegen hier. Kondor 1 an Basis. Hab den Schlüssel für die Kirche. Verstanden. Dann schnell zu Baby Eagle. Ja. Reden wir später. Ich mach mich auf. Kondor 1 Ende. Kondor 1. Okay. Aber, es macht jetzt keinen Sinn, da lang zu gehen. Ich muss wahrscheinlich hier wieder lang, ne? Okay. Wir haben hier ja eigentlich alles leer geräumt, oder? Schätze gibt es hier jetzt nicht mehr. Ich weiß nicht, was das hier, das könnte die Burg sein, ne? Da ist noch was. Das ist aber der Kirchenbereich, oder? Vielleicht kommen wir da nochmal hin. Da ist noch, ah ne, hier ist der Kirchenbereich. Da war diese zweite Stelle, genau. Ach, da ist dieser, genau, da brauchen wir auch den Schlüssel. Ganz genau. Da ist ein, ähm, hier. Schublade. Hier kommen wir nicht rein, ohne Hilfe. Hier war auch irgendwas, wo wir nicht reinkommen. Da ist Kirche, da ist sogar noch ein Schatz. Ah, es ist verrückt. Aber okay, wir holen jetzt erst einmal Baby Eagle. Und hier, wie gesagt, haben wir so ziemlich alles leer geräumt. Ich weiß nicht, ob wir unsere Waffen nochmal verbessern wollen, oder? Das weiß ich nicht. Ob wir jetzt ein paar Sachen verkaufen und dann vielleicht die Waffen nochmal aufbessern. Wir konnten nichts kombinieren mehr von unseren Sachen, ne? Außer die Steine hier, die einzelnen verkaufen, weil den Rest... Oh, nein. Oh, nein. Wofür kann ich dich begeistern? So. Taschenuhr, antike Pfeife, Perlenarmreif, Ring mit rotem Edelstein, Goldplättchen, den Götze, viermal Seidenkristall, prächtiger Armreif. Und den Rest behalten wir. So. 104.000 am Wirt. Alles klärchen. Achso, wenn wir es nicht mehr brauchen, packt er das hier rüber. Ah. Vermute ich jetzt einfach mal. Wir haben ein Hochleistungszielfernrohr. Ein leistungsstarkes... Zielfernrohr mit drei Vergrößerungsstufen. Und kann auf Gewehre und manche automatische Waffen montiert werden. Eine Schulter für die TMP. Ein Schwarzackenkopper aus Metall erhöht die Wahrscheinlichkeit, Rohstoffe L zu finden. Gönnen wir uns das hier? Das zieht wir in den Wuppen. Hast du vor, mit einer Kugel eine Nadel einzufädeln, Partner? Ja. Wir reparieren unser Messer nochmal. Nenn mich ruhig pingelig. Aber für diese Arbeit ist das eben Voraussetzung. So. Dann würde ich sagen, machen wir mal das Gewehr einhörer. Magazingröße. Nachladegeschwindigkeit machen wir auch erstmal. Die Feuerrate ist mir erstmal egal. Hier machen wir auch Magazingröße. Nachladegeschwindigkeit. Magazingröße. Nachladegeschwindigkeit. Hier können wir vielleicht auch mal den Schadenhörer machen. Machen wir die Schroflinte noch einhörer? Für 23.000 oder das Gewehr? Wir können beide im Prinzip. Machen wir beide. So. Jetzt haben beide großen Schaden. Wir gucken im Koffer. Zubehör. Okay, dann brauchen wir das hier nicht mehr. An Aufbewahrung schicken wir das jetzt mal. Jetzt können wir sogar dreimal zoomen. Okay, prima. Verbraucht aber auch gleich drei Plätze statt ein. Ist jetzt auch so... Ja, nicht unbedingt tragisch, aber es ist halt wieder... Der ein... Also sind jetzt wieder zwei Plätze weniger. So, wir können Schrotflintenmunition machen. Yeah. Pistolenmunition haben wir aber auch nicht mehr viel. Ähm, wir packen den da hoch. So, dann kommt der da hin. Und wir machen noch einmal... Machen wir Schrotflinte oder Pistole? Ich glaube, wir machen Schrotflinte. Zack. So. Wupp. So. Ich glaube, so machen wir das, oder? Dann packen wir den hier noch hin. So, dann sieht alles etwas aufgeräumter aus. Der macht die nicht mal voll. Der Penner. Okay. Speichern wir nochmal. Alles klar. Und dann gehen wir wieder raus. Da müssten wir eigentlich auch gleich einen Schatz finden. Da ist kaputt. Wo war der? Na. Wupp. Den können wir auf jeden Fall verbinden. Das habe ich sofort gesehen. Nennen wir einen roten. Einen blauen. Und... Einen blauen. Rot, gelb, blauen. Alles klar. Dann hat die 26.000 wert. So soll es sein. Oh, er schnarcht noch. Aber hier ist jetzt Feuer. Und die Dinger sind auf. Och, nö. Ich glaube, ich weiß, was kommt. Ich wusste es. Und wer bist du denn? Und wer bist du denn? Ist das der große Bruder von Gollum? Verdammt, bist du ein großer Junge. Geht aufs Haus. Sorry. Fuck. Oh. Fuck. 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 Oh, 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 nein, 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 nein. Hä? Ah, das ist der Hund. Oh, nein, geh besser. Du brauchst mir nicht helfen, du stirbst. Oh, nein. Messerangriff. Oh, ich kann nicht mehr. Oh, shit. Bringt hier eine Blendgranate was? Nein, 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 nicht töten, nicht töten, bitte nicht. Nein, 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 nein. Oh. Geh besser. So gefällt mir das. Guter Junge. Oh. 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 Und drauf, 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 drauf. Die reagieren auf Licht? Das wird laut. Ui. Eine Blendgranate umgebracht. Warum aber? Scheiße, Mann. Beinahe wäre ich als Briefmarke geendet. Wo ist der Hund? Okay. Jetzt aber zur Kirche. Wo ist der Hund? Ich höre ihn. Ich höre ihn, aber ich sehe ihn nicht. Ich höre ihn. Hä? Wo ist der? Danke, Kumpel. Was da? Da bist du. Danke dir. Hast du gut gemacht. So. Speichern können wir im Prinzip auch hier hinten wieder, oder? Oder kommen wir da nicht mit noch? Oh, ich habe was vergessen. Da ist noch ein Baum. Oh, Munition. Nein, ich gehe nochmal zurück. Ich speichere da hinten jetzt nochmal. Feilt. Ich weiß nicht, was da gleich noch kommt. Nicht, dass wir draufgehen und dann müssen wir das nochmal machen. Ich finde, wir haben den mit relativ guten Mitteln besiegt. Und auch relativ wenig Munition verballert. Gut, von dem, von dem Gewehr jetzt vielleicht ein bisschen viel. Aber ansonsten, finde ich, haben wir das gut gelöst. Und zur Not können wir uns noch ein bisschen was herstellen. Also, ich meine jetzt, ähm, so rein, Munitionsmäßig gesehen. So. Okay. Dann gehen wir speichern. Und dann werden wir die Folge beenden. Ja, das hast du immer, mein Freund. In der nächsten Folge werden wir dann hier rüber gehen und werden in die Kirche gehen. Ich hoffe, dass wir Ashley finden, aber ich vermute fast, dass sie da wieder nicht sein wird. Sondern, dass wir dann wieder, keine Ahnung, von da wieder irgendwo anders hingeschleppt wurde. Ich würde dann gerne die Schätze irgendwie holen, falls wir sie finden. Ich bin mir da aber noch nicht ganz so sicher. Aber dann würde ich gerne diese Schätze hier noch holen, die wir hier vergessen haben. Oder nicht holen konnten. Das trifft es ja besser. Haus des Dorfvorstehers. Okay. Gut. So wird es weitergehen. Wir holen Ashley, falls sie hier ist. Ich hoffe es. Wenn sie hier ist, da hast du gar noch einen Schatz. Und wenn sie hier ist, gehen wir mit ihr zusammen. Hier in diesem Bereich. Ich weiß aber, da sind Hunde, glaube ich, ne? Gehen dann hier nochmal hin. Da war ja auch eine Leiter. Deshalb gehe ich fast davon aus, sie ist da. Ich denke, sie ist da. Denn dann können wir, ja, dann können wir das ja alles holen. Und dann können wir da umsittig machen. Hier hinten ist ja nichts mehr. Hier kommen wir dann auch nochmal lang. Ich weiß nicht, was das für ein Bereich ist. Aber irgendwo müssen wir dann da hin. Okay. Gut. Freunde. Das zum Planen der nächsten Folge. Schaltet gerne wieder ein. Lasst mir was da. Passt auf euch. Und wenn ihr Bock habt, sehen wir uns morgen. Ciao, ciao.